Türkischen Sicherheitskräften ist es gelungen, Anfang Juni mehr als eine Tonne Heroin zu beschlagnahmen. Der Drogenfund lag im Rumpf eines Schiffes, das unter der Fahne der Republik Kongo fuhr. Nach Angaben der Polizei wurden alle neun Crewmitglieder festgenommen. Das Schiff war noch in internationalen Gewässern unterwegs, aber steuerte bereits in Richtung Türkei. Die Sicherheitskräfte hatten einen Insider-Tipp bekommen und griffen mit einer konzertierten Aktion von Küstenwache und Spezialkräften zu. Die türkischen Behörden sagten, dies sei der größte Heroinfund seit langer Zeit gewesen. Die Türkei liegt auf einer der Hauptschmuggelrouten von Afghanistan in Richtung Europa. Das Heroin hatte nach Angaben der Polizei einen Marktwert von rund 50 Millionen Euro. Die Türkei liegt mit einem Gegen peuvent auf einer Seite an diesen Kons��겠습니다 und Untertitelung des ZDF, 2020